das gewinnspiel mit der coolen tasmanian tiger kiste 2020 das ist vorbei den gewinner präsentiere ich jetzt nun gleich aber wenn du beim neuen gewinnspiel mitmachen willst dann würde ich sagen bleibt dran hallo willkommen da ist der reini rossmann vom survival shop und schön dass du dabei bist ja diese kiste ja da habe ich das video das gebe ich da oben bei dem i draufklicken wenn du das noch nicht gesehen hast da habe ich den neuen tasmanian tiger urban tag pack 22 das ist dieses nette teil hier eine der neuheiten von 2021 vorgestellt und präsentiert übrigens habe ich zu diesem teil jetzt schon einiges an erfahrung wir sind gerade zurückgekommen von einem ausflug und das teil war die ganze zeit dabei urban übrigens also das ist richtig tolles teil aber da habe ich ja diese kiste verspielt sozusagen also an alle die bei mir eingekauft haben bis zum 20 11 2020 ja die haben mitgespielt und dabei hat richard c punkt aus österreich gewonnen und die kiste die haben wir heute schon verschickt die ist schon auf dem weg zu dir viel spaß damit wenn du jetzt nicht gewonnen hast und so gesagt ich habe auch mitgespielt und habe nichts gewonnen habe ja gute nachricht für dich weil wir erweitern wir verlängern das gewinnspiel und zwar wir haben jetzt folgendes und zwar schau mal her was ich da noch ab einerseits mal diesen tasmanian tiger kalender dann ein tasmanian tiger handle mark und ein ja ich würde sagen das ist so ein schlüssel anhänger schau mal her dass da so eine das kann man da öffnen da ist ein klett kann man aufmachen das ist auch molle kompatibel oder natürlich am gürtel oder sonst irgendwo zum aufhängen so und diese drei dinge die packen wir in ein set und zwar fünf mal ich habe hier hinter mir übrigens noch weitere vier von den tassen und natürlich auch die kalender also insgesamt gibt es dieses set so wie du das hier siehst fünf mal und zwar alle die bis jetzt eingekauft haben bei uns also wenn du mitgemacht hast und nichts gewonnen hat die chance lebt dass du so ein teil gewinnst das ist das eine und wir verlängern die aktion also bis zum 14 12 2020 wenn du bei uns im shop einkaufst ein tasmanian tiger produkt deiner wahl dann kannst du eines von diesen fünf sets gewinnen ist doch cool oder das ist cool und gebe dann natürlich unten den link zum beispiel auf dieses tag pack was ich wirklich empfehlen kann also ich kann es jetzt schon sagen dass es ein cooles teil ist aber natürlich auch jedes andere tasmanian tiger produkt so jetzt können könnte der eine oder die andere sagen eines eh voll super deine kunden haben es halt gut du schaust auf deine kunden was richtig ist aber du magst nichts für deine abonnenten ja das stimmt aber das will ich so nicht auf mir sitzen lassen und deswegen wollen wir das gewinnspiel noch einmal erweitern und zwar für alle zuschauer hier die nix kaufen wollen bei mir und sagen ich habe alles von tasmanian tiger was ich nicht glaube du hast nicht alles oder es gibt so viel cooles zeug aber egal und du willst was gewinnen dann kannst du meinen edc pouch gewinnen ohne patch weil den muss man sich verdienen das ist der instructor patch den muss man sich verdienen den gibt es nicht geschenkt dieses teil hier das habe ich auch schon einmal vorgestellt wo viele leute gesagt haben naja ich bin mir nicht sicher ob das wirklich genial ist und da muss ich auch sagen das ist ein absolut geniales teil ja ich habe es jetzt schon ausgeräumt und innen drinnen gebe ich auch also genauso wie du ihn jetzt hier siehst ich habe schon alles auspackt weil den habe ich schon häufig im einsatz gehabt aber da ist sogar noch was drinnen ups das muss ich rausgeben das ist ein modulares teilchen hier und bei diesem modularen teilchen ist es eben so meine uhr drinnen eine meiner uhren schnell weg damit ja so schau mal ja diese kletzteile ja diese modular mesh irgendwas was weiß ich was die ja die schenke ich dazu sozusagen auch dazu zu diesem teil es ist wirklich cool wenn du das noch nicht kennst dann schau dir das video an ich gebe dir den link da oben schau dir das an es lohnt sich wirklich das sind viele schöne fächer es ist natürlich etwas größer das ist klar aber es hat auch hier hinten solche d ringe das heißt ich bin mir sicher dass mit der zeit mal was kommt dass man das auch hier vorne vor der brust tragen kann weil dafür ist es eigentlich ideal dass man da aufmacht auf klappt und dann auf das zeug zugreifen kann sie wirklich gut und vielleicht kommt da das eine oder andere irgendwann einmal vielleicht macht ct etwas dazu das wäre schön aber das werden wir noch sehen aber bis dorthin ist dieses teil auch genial und hat einfach viele funktionalitäten so wenn du dieses teil gewinnen kannst das ist unabhängig von denen also du kannst zweimal mitspielen du kannst einmal was kaufen bei mir im shop billige einwerbung natürlich und am gewinnspiel von dem hier mitmachen und oder du machst folgendes hier auf youtube du schreibst unten einen kommentar das ist ganz wichtig du musst einen kommentar schreiben und zwar was dein liebstes tasmanian tiger teil ist wurscht was es ist ob es jetzt das idc pouch ist ob es ja am mill wallet ist ob es irgendein weiß ich nicht da gibt es eine zigrettenschachtel irgendwas oder ein feuerzeughalter oder ein rucksack der raid pack oder irgendwas von der hinten von meinem molleteppich übrigens den molleteppich gibt es natürlich auch bei mir im shop das ist ein billiges eigenwerbe video das weißt du aber schon egal was schreib mir einen kommentar und alle die bis zum 14.12 da mitgemacht haben und einen kommentar geschrieben haben unterhalb von diesem video spielen mit und am 15. wird der gewinner von dem hier präsentiert und also wenn du schon ein tt produkt bei mir eingekauft hast und jetzt leider die kiste nicht gewonnen hast dann habe ich die gute nachricht du brauchst nicht noch mal eins kaufen sondern du spielst automatisch auch bei dieser sache hier mit also sozusagen die zweite chance noch einmal zu versuchen also lange rede kurzer sinn alle die bis zum 14.12.2020 bei mir im shop ein beliebiges das million tiger produkt kaufen oder bereits gekauft haben spielen mit um eines von fünf dieser setz hier ja und zusätzlich für alle die hier einen kommentar unten schreiben egal ob du was kaufst oder nicht die können mein privat das million tiger jedc pouch das ich ungern hergebe mit diesen innenteilen aber ich werde es trotzdem tun einfach weil es sein muss können das hier gewinnen und am 15. präsentiere ich die gewinner von der kalender hefa aktion und von diesen tasmenian tiger pouch ich glaube das ist eine coole sache damit alle die chance haben etwas zu gewinnen eine letzte sache noch und dann bin ich wirklich fertig weil ich auf instagram immer die frage kriegt und taugt da was und taugt da was dieses teil ja er taugt wirklich was also mir taugt mit ich ich war umso mehr ich damit arbeite und umso mehr ich mit dem etwas mache umso mehr gefällt er mir aber jetzt nicht davon vom optischen her sondern dieser modular urban tagback 22 der ist schon gut durchdacht und wenn ich darüber nachdenke ich wollte mein stativ wo jetzt gerade die kamera drauf steht außen drauf machen und dann bin ich drauf gekommen halt einmal da sind ja da diese flexi cords die habe ich noch gar nicht drauf gebaut also das muss ich alles noch tun der rückzeug ist voll genial das taugt mir total und natürlich hier alles billige eigenwerbung den kannst du natürlich auch erwerben kriegst du hier unten den link in meinen shop und kannst beim gewinnspielen mitmachen also schreibe einen kommentar es lohnt sich dieses mal wirklich was ist dein liebstes manian tiger teil und einkaufen gehen das lohnt sich auch daumen nach oben und oder nach unten für das video da mag ich schon jetzt einmal danke sagen kommentarschreiben nicht vergessen was ist der liebste stt ich bin schon so gespannt wir machen dann auch eine kleine auswertung ich bin ganz gespannt darauf da geht es direkt in meinen shop zum beispiel nehmen wir gleich dieses tag pack her das abo da lassen anderes video es hat mich gefreut dass dabei warst und ich drücke dir beide daumen dass dieses mal was gewinnt bis dann und ciao